Ich meine jetzt mit so wenig AP, ohne Estus, uns mit dem messen zu wollen, das gleich dann Wahnsinn. Ich glaube, das werden wir nicht tun. Das heißt, es bleibt... Wir müssen hier wahrscheinlich nochmal durch. Oh, da hinten ist noch was. Eine kleine Titanitscherbe. Das war auf jeden Fall ein sehr produktiver Raum hier. Wir haben eine Estusflakonscherbe erhalten. Wir haben... Wir haben... Was haben wir denn noch? Wir haben den Gefängnisschlüssel erhalten. Wo sind wir hergekommen? Hier nicht. Ich dachte schon, das wäre ein Gegner. Was ist hier? Da hinten ist nämlich noch ein Item. Grüne Blüten, okay. Ich weiß nicht, was sie tun. Gut, dann denke ich mal... Haben wir hier soweit alles erkundigt. Wir werden wahrscheinlich nochmal da zurück müssen, wenn wir dann tatsächlich in den Innenhof runtergehen. Aber ich denke mir, für den Moment... Belassen wir es jetzt einfach mal dabei. So, schnell hoch. Ich glaube, da ist nämlich noch ein Bogenschütze. Ähm, ich... Was war das? Ich streame wahrscheinlich nicht mehr so lange. Ähm... Vielleicht noch eine halbe Stunde oder so. Ich muss mal gucken, weil... Sonst... Wird meine Festplatte voll und dann... Kann ich die Videos nicht mehr auf YouTube hochladen. Weil ich möchte... Die Stream-Qualität ist leider nicht so wirklich prickelnd. Weil Twitch geht irgendwie nur bis... 6K... Ähm... Mit 6 bis 6K... Äh... Bitrate. Und das ist ein bisschen wenig. Dann im Endeffekt für... Für die richtigen YouTube-Videos. Deswegen zeichne ich die... Auch sonst nochmal auf. Und sonst geht halt meine Festplatte dann... Wird dann im Endeffekt voll. Äh... Jetzt können wir... Noch unseren Level-Up machen. Geschicklichkeit. So. Dann haben wir jetzt... Als Alternative... Das Claymore. Wie sieht's mit der Auslösung aus? 23 von 50. Ich merke keinen Unterschied. Das Claymore ist natürlich... Oh, was ist das hier? Ich glaube, mit dir haben wir noch gar nicht geredet. Die habe ich gar nicht gesehen. Er hier ist weg. Oder er läuft irgendwo rum. Das könnte natürlich auch sein. Die bewegen sich irgendwie ständig, die NPCs hier. Aber er ist weg. Also ich werde jetzt noch keine Waffe verstärken. Ich werde erst mal das Claymore ausprobieren. Und dann entscheiden, ob ich entweder das Claymore aufwerte oder die Axt. So, wer bist du? Ich bin ein Waffe. Handmaid of the Shrine Weapons, Armour, Trinkets And Spells I've not Little things to ease The burden of a weary traveler And yes I'm undead too But not so charitable As to give my goods away Ashen one fetch souls And bring them to me As if I want No Ah, here can we Gegenstände kaufen Kein Wunder, dass ich Keine NPC, keinen Merchant gefunden habe Wenn er hier direkt vor unserer Nase sitzt Und ich ihn einfach nicht gesehen habe Nam Ketzer, willkommen beim Stream Ähm Ja, was hast du denn zu bieten? Das dreimal Glut Reparaturpulver Unbegrenzt viel Ist es nicht mehr so teuer Moosklumpen kann man auch immer brauchen Brandbomben Prismasteine Prismasteine brauchen wir auch Ah, was haben wir sonst noch? Heimatknochen Weiße Symbolspecksteine Getrocknete Finger Was ist das genau? Nutzen, um mit Verbindung mit anderen Welten zu stärken Ne, das brauchen wir nicht Ist das hier Turmschlüssel? Oh Schlüssel zum baufälligen Turm Hinter dem Feuerbandschrein Der zum Glockenturm führt 20.000 Seelen Ich sehe Da müssen wir noch ein bisschen sparen Seelenpfeil Äh Fach und Stachel Ist auch ein Fernkampf Zauber bringt es nicht Heilungshilfe Hm Die Frage ist 500 Seelen ist eigentlich nicht die Welt Wir haben einen Zaubereislot Wie viel? Wir brauchen nur 8 Glaube dafür Wir können das eigentlich verwenden Ich denke ich werde den kaufen Einfach damit wir ein bisschen zusätzliche Heilung haben Ah, Skimitar Was haben wir hier? Fackel Scheint eine Waffe zu sein Gibt aber Gibt die Licht Müsste eigentlich auch Licht geben, ne? Helle Barde ist natürlich auch nice Allerdings ist auch hier die Skalierung nicht so wirklich toll Hast du für Faktorio Season 2 schon ein Ende 016? Reizt dich bestimmt Ja, ich bin Ich bin schon durch mit Faktorio Season 2 Es werden noch die letzten Folgen Veröffentlicht Ich muss mal gucken Ich werde jetzt aber erstmal eine Pause machen mit Faktorio Deswegen kommt jetzt erstmal wieder Dark Souls zum Zuge Stab des Zauberers Den brauchen wir glaube ich erstmal nicht Talisman Das ist für das Wunderzeug Da ist Ani so teuer Lederschill brauchen wir nicht Kettenrüstung Kettenhelm Ich glaube den Kettenhelm und Die Lederstulpen sollten wir uns kaufen Einfach damit wir dann Ein volles Set haben Was hast du sonst noch? Achso, das ist Alle Objekte Das sind einfach nur Filter Schön Gut Aber die hat schon mal Wir können auch verkaufen Naja, das Überlege ich mir noch So, dann Geben wir hier mal Ähm Estusflakon verstärken Versteckt Höhte Nutzungszahl Das heißt Wir müssen jetzt 5 haben, oder? Ja Wir haben 5 Sehr schön Okay, gut Ähm Ansonsten lassen wir den Schmied einfach mal Schmied sein Den brauchen wir jetzt aktuell nicht Ich denke ich werde Was brauchen wir? Hier 1500 Seelen Zusammen Ähm Um hier mal ein bisschen Das Wichtigste zu kaufen Und die Den Schlüssel für die 20.000 Müssen wir mal gucken Ich Solange wir hier Oben noch weiterkommen Macht das wahrscheinlich Nicht so viel Sinn Und dann würde ich sagen Gehen wir jetzt noch mal Nach unten Zu diesem Kerker Und probieren wir das Claymore aus Vielleicht Ich kann mir vorstellen Dass es zu langsam ist Für dieses Spiel Es macht guten Schaden Aber Ja, wir onehitten die Gegner Aber das Problem ist Dass sie halt in der Zeit Uns bereits schon eine Reindrücken Ich glaube Geschwindigkeit ist hier echt Wichtig Klar Wenn wir jetzt So wie jetzt Einfach von hinten kommen können Dann ist es einfach Oh So Nehmen wir nochmal Ein Estus Können wir uns hier buffen Ne Ich weiß es nicht Bei manchen Waffen können wir uns buffen Bei manchen können wir uns nicht buffen Das verstehe ich nicht so ganz Also falls das einer von euch weiß Das würde mich freuen Das zu wissen Bei denen ist das Claymore echt gut Weil die halt auch nicht so schnell sind Können wir hier schon durch Verschlossen Das ist immer noch verschlossen Obwohl wir jetzt Diesen Gefängniszellenschlüssel haben Aber wahrscheinlich brauchen wir da ja Irgendeinen anderen Schlüssel Das ist Wir müssen nochmal hier runter Aber es geht ja zum Glück Relativ fix Aber das Claymore macht Wesentlich mehr Schaden Als die Axt Bist du der Einzige? Ich weiß es gar nicht mehr Oh Genau Da war was Hast du uns wieder erwischt Du mieser Dreckskerl Oh Nein Freundchen Aber wir onehitten sie Dolch Okay Gut den brauchen wir nicht Ich denke Verkaufen und so Das werde ich dann irgendwann mal Offscreen machen Das ist jetzt auch Für den Stream Wahrscheinlich nicht wirklich interessant So Hier müsste doch Der Kerkerzellenschlüssel Genau Der Gefängnisschlüssel Zu verwenden sein So Wen haben wir hier? You're no Jailer Are you? No No You're from far away And judging by the bell You must be some of that unkindled ash Remarkable If that's true Then I have a favor to ask Below the high wall is a musty little town Not the home of any lord Just a very old settlement of undead An old woman Loretta lives there Please Give her this ring I'm not asking for charity In fact If you do this for me I'll be sure to repay you In kind I may be a petty thief But I have more But I have more wits than most royalty What do you say then? Joa Ich denke Wir kriegen einen Ring Sehr gut Ich schweige meine faith in dir Ich bin Greerrat des unkriegten Settlementes Und ich versuche dir zu helfen Warum zur Hölle Ist er hier in diesem Gefängnis drin Wenn er sich einfach so in Luft auflösen kann Ist das ein Penner, ey Spiel Logik Aber wir haben den blauen Trennsteinring erhalten Ich denke Den Hat der wirklich das Gefühl Wir überlassen den Loretta? Vielleicht wenn wir ihn nicht mehr brauchen Aber Der gehört jetzt uns Was für ein naiver Bastard Wobei er gibt uns dann wahrscheinlich Vielleicht irgendwie was wertvolleres Wenn wir den Loretta überlassen Ich meine Der blaue Trennsteinring ist Wirklich nicht Etwas was wir eigentlich Wahrscheinlich nicht wirklich Lange tragen werden Deswegen Werden wir dann Wahrscheinlich den schon Irgendwie Loretta überlassen können Ich denke Wir gehen nochmal kurz Unsere Estus auffüllen Und Dann Ja Was machen wir dann? Es gibt eigentlich nur noch Einen Weg Wie viel Wir haben nicht wirklich viele Seelen Ja ich denke Wir farmen uns jetzt erstmal Die Seelen zusammen Die wir brauchen Und dann gehen wir nochmal zurück Und Kaufen Ein paar Ein paar Dinge Die wir brauchen Ich habe gerade gar nicht Darauf geachtet Ob sie auch Wurfmesser hat Und ich glaube Wir haben jetzt auch Eine höhere Range Ich sollte mir angewöhnen Dass ich schon Bereits Entfernung Etwas Zuhaue So Dann kommst du erstmal Auch ein One Hit Also das Klamo ist eigentlich schon Nicht schlecht Komm Entblöße dich Na komm schon Oh Warum lebt der noch? Das habe ich jetzt irgendwie nicht so richtig gesehen Hat geblockt und dann irgendwie mit 5 HP oder so überlebt Eisenrundschild Kruder Edelstein Oh Die dropen mir Edelsteine Das ist ja nice Aber ich werde generell eigentlich Bin ich nicht jemand der gerne farmen tut Deswegen werden wir bestimmt nicht Edelsteine farmen Also wir gehen hier durch Hier runter So Dann erstmal du Und dann können wir hier runter gehen Genau da ist wieder der andere Typ Auf der gegenüberliegenden Seite waren wir vorhin Und im Prinzip müssen wir da jetzt eigentlich auch nicht mehr hin Weil hier können wir einfach runterspringen Mit wahrscheinlich mäßigen Fallschaben Was haben wir gerade erhalten? Schwarze Feuerbomben Okay Gut Schön Jetzt gehen wir erstmal hier lang Hallo So Der nächste bitte Boah das Claymo ist schon richtig geil irgendwie Bräuchten wir noch ein zweites davon Und dann könnten wir das ordentlich dual wielden Äh Was ist hier? Hier ist eine Leiter Oh je Oh je Ich habe ein bisschen Angst Wenn wir die Typen anhauen Wenn wir die Typen anhauen Dann sind wir tot Oder? Soll ich es probieren? Ich glaube hier geht es in den Innenhof Sollen wir gucken ob wir den anhauen können Okay das ist kein Gegner Ah der Dicke Ah der da drüben wird nicht weniger zäh sein Ist ins Feuer gelaatscht Hat ein bisschen Schaden gekriegt Ne das ist kein Seerfeind Der macht gar nichts Okay gut Das ist schon mal gut zu wissen Dass wir hier relativ ungestraft Und rumwüten können So Wir haben wieder eine Glut gefunden Okay Junge Also Ich hätte eine Idee Wir können ja Feuerbomben Konnten wir glaube ich kaufen Unbegrenzt viele Das heißt Sollen wir das Fernglas drin behalten Nehmen wir hier erstmal Feuerbomben mit rein Dann schmeißen wir dem erstmal ein bisschen was Ins Gesicht Sind hier sonst noch irgendwelche Gegner? Das ist hier jede Menge Loot Wieder eine Glut Greift er uns überhaupt an? Ja tut er Oh der hält ordentlich was aus Wow Ich muss erstmal hier irgendwie einen Überblick über die Gegend verschaffen Wo können wir kämpfen? Wo ist vielleicht eher schlecht? Autsch Das war dumm Das war dumm Autsch Das war auch dumm So Willst du nochmal kurz hier ins Feuer? Aber der ist machbar der Typ Und der ist fett Autsch Autsch Die Reichweite ist groß Wir können hier so ein bisschen um diesen 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 Brunnen hier rumtanzen Aber gibt uns saures Aber gibt uns saures Rennn Mist Ah da hat er uns gekriegt Aber der ist eigentlich nicht so schwierig Der ist eigentlich Wirklich Wirklich nicht schwierig Er hat ein paar fiese Angriffe Die Ein bisschen verzögert sind Das hat mich Jetzt gerade Mehr oder weniger Das Leben gekostet Aber ansonsten Ist er nicht schwierig Fängt ja schon super an Ich weiß nicht Mit denen Mit den schnellen Habe ich immer noch meine Probleme So den lassen wir in Ruhe Den brauchen wir nicht Aber ich glaube gerade gegen den Dicken Ist das Claimor schon Ist das Claimor schon eine gute Sache Du warst kein One Hit Oh Kurz trinken So Da kannst du so viel blocken Wie du willst Weil dein Schild Hat kein 100% Block Nehme ich jetzt einfach mal an Und Deswegen Bist du tot So Dann müssen wir das hier wieder machen Aber das ist eigentlich Nicht so schlimm Das Level Design ist Ziemlich gut Finde ich bisher Gefällt mir Echt gut Natürlich treffst du uns So Dann gehen wir wieder hier runter Hallo Infinity 2201 Oh Genau Die habe ich vergessen So Ich denke wir werden Ja was machen wir mit ihm Jetzt mal unsere Seelen zurückholen Oh Ich wollte ihn backstabben Ich weiß nicht Ob Greift er nur einmal an Oh Hier ist schlecht Hier ist dumm Ah da hat er nochmal Hat er nochmal Zugehauen Der ist ganz übel Wenn man da drin stecken bleibt Ganz ganz übel Also er ist nicht ohne Aber Ich finde ihn jetzt auch nicht so schwierig Glaube ich So weg bist du Oh was war das So wir sollten mal ein Estus trinken Ich hoffe der kommt nicht wieder Byblade Power to domain Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht Oh rapier So die Untoten sind jetzt echt glaube ich alle mittlerweile One hit wonders Das war holy light Okay Verstehe ich nicht War das ein Zauberspruch Demnach ne Ach doch der kommt wieder Natürlich kommt er wieder Was auch sonst Oh Machen wir erstmal ihn platt So wo kommen wir hier hin Gibt es hier vielleicht irgendwo einen Shortcut oder so Müssen wir mal gucken Eine große Seele Können wir da rüberspringen Haben wir Schaden gekriegt Ich weiß es gar nicht Aber da muss man irgendwie rüberkommen Na von da oben wahrscheinlich ne Ich meine wir können es noch einmal probieren Aber wenn ich das jetzt wieder nicht schaffe Dann Ah doch es geht Ring der Opferung Oh schön Wir sollten mal den letzten Estus trinken War hier umsonst noch was Habe ich da irgendwie was übersehen Ja geradeaus ging es auch noch weiter Vorsicht vor Liebe Liebe ist gefährlich Achso War ein Fehler War ein Fehler Den zu töten Woah So einer noch Boah das ging Erstaunlicherweise gut Hier muss irgendwo doch ein Shortcut sein Dass man Vielleicht hier Aufzug Ich mag mich erinnern Dass irgendwo eine Tür war Hinter einem Aufzug Dass ein Aufzug hinter einer Tür war Mehr Wurfmesser kann man immer brauchen Genau ich glaube Hier waren wir schon mal Ich glaube hier waren wir schon mal Genau das war Ganz am Anfang Das ist aber super Das heißt wir können Wir können den fetten Typen Den müssen wir nicht wieder töten Wenn wir diesen Weg hier nehmen Jetzt muss ich nur wieder an dieses Leuchtfeuer Hier zurückkommen Oh Ja da ist einer Der schießt Ach Mist Kommt hier runter Irgendjemand Ja Oh 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 Komm runter Ach du stirbst nicht Mist Aber ich denke wir kommen da Vom anderen Leuchtfeuer hin Das heißt wir können einfach Und zum anderen Leuchtfeuer teleportieren Und dann von da aus Unsere Seelen wiederholen Und dann auch wieder nach unten gehen Aber meine Freunde Ich denke ich werde an dieser Stelle langsam Schluss machen Muss mal gucken Der Stream hat jetzt eigentlich relativ gut funktioniert Der PC ist nicht abgestürzt Wie beim letzten Mal Und ich weiß nicht Vielleicht stream ich morgen Oder übermorgen nochmal Muss ich mal gucken Also ich werde Wenn ich wieder streame Auf meinem YouTube Kanal Das auf jeden Fall ankündigen Für die die da subscribed sind Die werden das auf jeden Fall sehen Und ansonsten wünsche ich euch Auf jeden Fall noch Einen schönen Abend Macht's gut Bis zum nächsten Mal Euer Northgate Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal